Weiter geht's mit Baldur's Gate 3. Ich werd jetzt schlafen gehen. Jetzt feiern wir... Ne, erstmal gibt's jetzt ne große Feier, ne? Oder nicht? Ne, wenn ich pennen gehen kann, können wir pennen gehen oder so. Ich würd gern schlafen dann. Oder gibt's jetzt ne Feier? Oh, fuck, wir haben echt ne Feier hier. Hysterion, was gibt's? Ne, du bist doch ja ein Anti-Held, Hysterion. Jetzt Held. Ah, fühlt sich gut an, ne? Ein Held zu sein. Wirklich? Leben zu retten ist schrecklich? Ihr habt etwas Gutes getan, kommt schon, vergnügt euch. Arzt, Bremse. Entspannt euch, unser Problem verschwindet nicht über Nacht. Ist denn der so schlimm drauf? All I want is a little fun. Is that so much to ask? Äh, um was, äh, Vorstellung von einem wenig Vergnügen? Oh Gott, Junge, was ist denn jetzt mit ihm los? Äh, ne, 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 ne. Ah, ah. Hysterion, nein, nein. Tut mir leid, ich bin schon, äh, hier mit, äh, wie heißt die? Äh, Shadowheart, äh, glücklich. Äh. Vielleicht lieber doch nicht. Nee, ich bin bei Shadowheart, sorry. Ja, du findest schon jemanden. So, aber lass mir in Ohr. Äh, Moment mal. Eine Frage. Hab ich eine Frage, Mann? Wir haben doch das halt eingesammelt. Äh. Die halt anziehen? Ah, das sieht... Weird aus. Das sieht beides gleich weird aus. Äh, okay, hauptsächlich ist Glück. Äh, 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 ich kann Shadowheart spinnen, lol. So, apropos Shadowheart. Erstmal schön mit der ein bisschen, äh, unterhalten. Na, wie geht's dir? Oh, die sieht hart, klasse, mit eingenommen, mit, mein Gott. Mitgenommen aus. Oha. Also, es ist halt geil, wenn jemand Low-HP ist, sieht der halt so mitgenommen aus. Ähm. Oh, ist die jetzt an mir interessiert? Ui. Oha. 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 Ey, ich dachte, Mann. Gut. Äh, Shadowheart meint doch nicht mich, perfekt. Gar nichts seltsam, wir haben was richtig getan. Ja. Oha, ja, ich trinke gerne eine Flasche mit dir. Äh. Hm. Ja, komm. Ich komme zu euch, wenn die anderen schlafen geleckt haben. Jawohl. Jetzt bin ich gespannt, was gleich abgeht. Geht das jetzt ab? Ähm. Okay. Hey, wir haben die Gommeln übersiegt. Charisma, ihr solltet zu ihnen gehen und selbst ein, zwei Humpen leeren. Ja, so nämlich. Nicht. Mit fünf Würfeln kommen. Na, 18. Jawohl, zack. Jawohl. Bringt ihr ein. Ja, ist das geil, ey. Gibt's hier irgendjemanden, mit denen ich reden will eigentlich? Ne, ne? Wie geht's mit dir? Wie geht's der? Ja, du warst ganz schön crazy in der Nacht. Lol. Ihr könnt mich ja überzeugen, die Nacht schon erst mit euch zu verbringen. You know the fortune of my company. Lol. 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 Ich kann mich jetzt einfach entscheiden, wenn mich hier ein bisschen, äh, wegpimpern will oder was. Ja, gut, also LaSelis hat eher so in meiner 50. Wahl gefühlt. Ja, ich mag Carla, die ist so witzig. Die ist so lieb. Because of us. It's nice to be somewhere where good is still possible. Hey, schön. Speaking of, from where I'm standing, it looks like you and Shadowheart are getting more... Uh-oh, alle wissen Bescheid mit Shadowheart. She's a funny one. All pointy and secretive. But it seems like there's someone very sweet beneath it all. You know? Uh-huh. Good to see the two of you getting along anyway. At least one of us is getting a little action. Aha, okay. No. You know. If you wanted to meet up later... Jetzt fehlt Carla auch noch was von mir. Oh, scheiße. Was bin ich denn für ein Casanova? Ihr Ich-Bett-Jetzt-Nein. Ich kann ihn... Ich kann ihn... Oh, jetzt brech ich dir das Herz. Das tut mir richtig weh. Oh mein Gott. Oh, ich hasse das Spiel. Carla gewiss, dass ich schon jemanden habe. Ich mag ihre Metaphern. Weiß ich zu... Weiß ich zu schätzen, aber ich fürchte, diesmal werft ihr daneben. Oh, tut mir leid. Aber ich verstehe das. Aber ich verstehe das. Ich glaube. Well, look, Soldier. I won't always be too hot for words and deeds. You may regret to find that I happen to be very touchworthy. Ei, 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 ei. Ach, du Scheiße. Das ist nicht nett, das ist eine Qual, ja. The Floor ist auch mal im Feiern. We have no idea, how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without. But even so. Thank you. Das Feuer in den Augen ist so cool. Ja, und jetzt haben wir das Problem. Carla. Shadowheart oder Lizzle. Oh mein Gott. Das ist schwer. Okay. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit Gedanken gemacht. Ja. Ja. Ich zeige es einfach. Da bleibt ja quasi nicht viel offen, was man, was ich nehmen kann. Ja. War eine ganz wilde Nacht. Alle wollten ran an den Speck, ja. Lizzle. Ne, komm, wenn du... Your heart skips a beat. Your heart skips a beat. Let's go. Ah, Shadowheart, da ist sie ja. You made it. I made it. Sit with me. Äh. Böcher in einem Zug leeren. Nein. Das würde ich doch nicht verpassen. So eager. I'm surprised, it took you this long. Ey, ich bin doch jetzt hier. Ähm. Auf die Freundschaft, aufs Überleben, auf den Sieg. Boah, auf die Freundschaft ist schon ein Cockblock, ne? Auf uns. Willst du das schon früh genug herauswenden? Jetzt erzähl mir etwas über dich selbst. Und keine Tadpoles, Dragons, Marauding-Goblins, oder sowas wie das. Irgendwas über dich. Wie wäre es, wenn du anfängst, mit zu zeigen, äh, zu erzählen, warst du so, ne? Erzähl doch mal was von dir hier. Musst du 15 würfen, dann ist schon frech. 18, schmeckt. Du bist dran. Na? Äh, falsch. Ihr mögt Nachtorchideen und könnt nicht schwimmen. Habt ihr mir mal erzählt. Ich hab ein gutes Gedächtnis. Hm, ich hab's gemacht. Und du erinnerst? Ja. Du bist süß. Oh. Es gibt noch viel Wein. Und die ganze Nacht ist vor uns. Dann ächsen wir den Wein mal. Oder sie. Das ist schon eine coole, inszenierte Szene. Hey, das war eine schnelle Nacht. Näherlich Licht. Die anderen werden bald wohnen. Hier in die Augen stehen. Die anderen können warten. Der Augenblick soll noch nicht aufhören. Äh, die anderen können warten. Der Augenblick soll noch nicht aufhören. Na. Das ist schon eine cute. Ich hab doch gar nichts gemacht. Das war mir eine Freude. Das war nur, was ich brauchte. Sie trailt auf. Du liest eine Invitation in ihren Augen. Sie küssen. Jawohl, let's go. Einverstanden. Ching. Und jawohl. Shadowheart und der dumme Ritter. Wobei der so stumm ist ja gar nicht. Ah, ist das cute. Zwei Torte-Torchchen. Ach, Quatsch. Nein, ganz im Gegenteil. Für die Zukunft. Das wird dann wohl öfters passieren, ja. So. Okay. Shadowheart wird auch direkt quatschen. Okay. Sonst hab ich aber alle erwischt, ne. Weißt du was? Da bin ich ja vor der Tatenbank. Da wird ja direkt gequatscht, die wünsche ich, Shadowheart. Äh, äh, natürlich. Außer ihr habt etwas. Och, das war wunderbar letzte Nacht. War doch richtig schön. Putzig. Äh. Äh, die Nacht hat mir sehr viel bedeutet und ich hoffe, es gibt noch mehr davon. Ah, jawohl. Sehr schön. Ihr und ich. Zwischen uns gibt's etwas besonders, glaube ich. Und ich möchte darüber reden. Äh. Äh. Äh, wie geht es euch? Gibt es, gibt es zu einer Beziehung wie die, hab ich noch nie... Äh, wie geht es euch? Äh, wie geht es euch? Ihr habt mich abbekommen. Wurde grad sagen. Äh. Okay, mehr brauchen wir jetzt nicht. Das, äh, sollte schon so gut gehen. Okay, im Shadowhawk haben wir gequatscht. Dann können wir uns jetzt der neuen Reise, weiteren Reise widmen, glaube ich. Könnte mit Lesel mal quatschen, ob die diese Ablehnung... Fand sie, glaube ich, nicht so geil, ne? So. So. Die reden noch über ihren Wurm. Naja. Gut, das Wurmerlebnis war übel, weil sie mich abstichen wollte. Oh, Züge sind ungewöhnlich. Äh. Äh. Ne. Geht nichts interessantes. Okidoki. Wir können das Lager verlassen. Das heißt, wir müssen jetzt... Hier ist alles leer, ne? Ja. Können wir mit Karga nochmal reden? Oh, die sind im ganzen Marks und das Blut. Ok, ich... Irgendein Dude von denen ist immer noch weg. Und den holen wir jetzt wieder. Ist mir scheißegal wie. Ich mach das jetzt irgendwie. Harte. So, wir haben an Quests nur noch... Was denn? Goblin Geheimvorrat? Ey, 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 ey. Genau da werden wir nochmal hingehen. Geheimvorrat klingt gut. Das klau ich mir jetzt hier. So. Frage ist, wie kommt... Nein, nicht weg, rund. Wie kommen wir da hin? Wir müssen einmal... Andere Seite. Darunter, okay. Geheimvorrat? Aber wir haben irgendeinen Goblin freigelassen, ne? Wenn es der Geheimvorrat aber so gibt. Irgendwie sowas. Irgendwas war da. Das Goblin hier lasse ich erstmal noch leben. Wird auch mal lieb sein, ne? Irgendwann knüpfe ich die mir vielleicht mal vor. Vielleicht. Ach ja. Oh, da ist was zum Buddeln. Ist das der? Ah, das ist der Geheimvorrat. Okay. Bitte lass da irgendwas Gutes drin sein. Komm. Irgendwas Gutes. Komm schon. Buddeln, los. Gib mir die Kiste. Komm, komm, komm. Und? Na, komm. Bearschen, hallo? Nein. Öffnen. Schwarzstab. Keine Ahnung. Weinkarfe. Aha. 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 Heiltrank ist gut. Hintergeschwindigkeit ist auch okay. Ölflasche mitnehmen. Heiliges Wasser ist gut. Finger. Blinke Finger. Blinke Finger. Da wollen wir mal kurz gucken, ja. Okay, gut. Gott sei Dank habe ich wieder bei der Schuhe. So, was ist das hier? Ach, keine Ahnung von Schatten. Jetzt, warum habe ich die mal im Winter? Das ist ja wirklich wunderbar. Was ist das hier? Kurz nachgucken. Wenn du einen Zauber wirkst, der Konzentration erfordert, erhältst du einen Zug lang Wucht. Das ist leichte Rüstung. Du hältst einen Bonus plus 1 auf Heimlichkeitswürfe. Das wäre eher was für Asterion. Einmal pro Zug kann der Träger nach einem Spurt oder einer ähnlichen Aktion noch einen Sprung ausführen. Noch einen Sprung ausführen ohne eine Bonusaktion zu setzen? Ne, ne, ne. Das ist schon, ne, ne, ne. Warum steht da so ein Plus? Ach, egal. So. Haben wir hier alles? Hier wäre noch was zu erkunden. Hier können wir mal kurz gucken gehen. Aber hier dürfte nichts mehr sein, denke ich. Doch, da ist ein Weg, ne. Man kommt hier irgendwo hoch. Karte. Da waren wir aber schon. Okay. Ja, ich möchte gerne die ganze Map von Akt 1 aufdecken. Wenn wir schon mal dabei sind. Hier dürfte ja nichts mehr sein. Und es ist hier sehr idyllisch. Ist ein schönes Stückchen. Wir können ihn mir auch niederlassen. Schönes Häuschen bauen. So, das hätten wir auch erkundet, ne. Wunderbar. Irgendwas ist hier noch gewaltig schwarz. Aber ich glaube, da kann man nichts erkunden, oder? Na, vielleicht. Na, da müssen wir mal gucken. Moment. Ich habe ja die Zeit. Dann nehme ich sie mir auch. So, können wir hier hoch springen? Geht das? Können wir, ne? Jawoll. Hopp. 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 Welt macht Galopp. Ja, genau. Das ist, äh, ne, wo die abgeschlachteten Leute saßen. Das ist uns eigentlich egal. So, gucken, wo wir hier noch hin können. Da war noch was. Zugedeckt. Von der Map. Die decken wir jetzt auf. Hm, hm, hm. Da kann ich nicht lang. Moment, da gab es, da ist doch irgendwas. Wie komme ich denn da hin? Wahrscheinlich glaube ich gleich für nichts da hin, oder? Doch, man kann da irgendwie. Boah, kann man hier hoch? Glaub nicht, ne? Oh, nur Moment, oh. Spring mal. So hoch gibt es hier nicht. Hör doch auf. Stell dich doch mir nicht so an. Was ist mit dir? So, bin ich hier irgendwie? Oh, hoch, sagt er. Wollte gerade sagen. Stell dich mal nicht so an. So, okay. Und jetzt können wir hier hochklettern. Ah, okay. Jetzt habe ich den Weg gefunden. Sehr schön. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was haben wir denn da oben? Hau den Braten nicht, Astero. Hä? Hör doch auf. Willst du mich verarschen? Der ist noch hier drin? Ach, Astero. Hör mal, was ist denn los mit dir? Der ist hier noch unten drin? Hör mal, das ist ein Problemchen. Da komme ich nicht mehr rein. Das ist ein Problem. Ei, ei, ei. Dabei kann ich nicht. Moment, nee, nee. Das Problem löse ich gleich. Ich kann einfach schnell reisen mit denen. So. Was habe ich denn hier übersehen? Was ist das denn hier? Holzfass? Nichts drin. Geil. Aber eine Truhe da oben. Okay, immerhin. Hop, hop, hopp. 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 Ruhe haben wir oder nicht, ne? Gold und ein Achat. Ist jetzt wirklich nicht hier. Also hat sich jetzt eigentlich nicht gelohnt, ne? Mein Ohr hat mich zum Lager gegangen. Hör doch auf. So. Ich wollte nur die Karte öffnen. Ja, aber hier haben wir scheinbar jetzt alles aufgedeckt, denke ich. Ja, dürfte so ziemlich alles aufgedeckt sein. Fast alles. Nee, Spinnen. Nee, nee. Natur. Die Spinnen begutachten. Ich muss eine Zehen würfeln und habe einen Bonus drin. Wird ja wohl funktionieren, ne? Let's go. 15. Jawohl. Ah, die wollen den Beutel unbedingt behalten. Mit Tieren umgehen. Sanft mit den Spinnen sprechen. Wir hoffen uns, sie zu beruhigen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sollte ich einen Bonus oft mit Tieren sprechen haben. Boah. 15 Würfe ist übel. 18. Heute klappt alles. Sehr schön. Sie ziehen sich zurück. Gut, die nach dem Beutel greifen. Hä? Warte, was? Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Gegenstand erhalten. Beutel. Was ist der hier? Ne, wo ist denn der Beutel? Da, da oben. Du behältst einen zusätzlichen Zauberplatz des ersten Gras. Er setzt bei Konsum den Effekt anderer Elixiere. Einmalige Verwendung. Das ist ein Elixier. Das ist aber nicht der Beutel. Wo ist denn der Beutel jetzt hin? Hä? Entweder aber sehe ich den, oder? Ich sehe ihn nicht. Ist doch hier, oder? Ne. Hier ist es hier? Nope. Da ist nichts drin. Ach, das sind Alchemie-Sachen dann. Okay, okay. Beute. Spinnen-Eiersack. Was macht man damit? Etwas, irgendwelche Dinger zappeln in den... Ähm. Okay, ich speichere kurz Feuer. Ne, ne, ne. Das fühlt sich nicht gut an. Irgendwelche Spinneier werfen, da stehe ich ja gar nicht drauf. Mal gucken wir mal. Ach du Scheiß. Und jetzt? Das war eine Beschwörung. Nein, das sparen wir uns auf. Jetzt weiß ich zumindest, was dieses Spinnei macht. Learning by doing. Hm. Die Katze pennt so süß. Hm. Ich darf einfach nicht mehr schnell laden. Das dauert ewig. Warum ist es halt eine Frechheit, das schnell laden zu bezeichnen. Ach, los. Komm, ich muss Goblin abschlachten. So. Folgendes. Wir werden... Weißt du, wir können da nicht hin schnell reisen. Was ist das? Einen Rucksack habe ich übersehen. What the fuck? Was ist denn los mit mir? Ich übersehe, ich bin alles. So. Es war schlecht genug, dass nur eine dieser Tadpoles auf uns gefordert hat. Ich kann gar nicht glauben, dass du tatsächlich eine andere auf dich selbst verliebt hast. Warum ist denn die jetzt so sauer? Ihr und ich, zwischen uns gibt es ja besonders, glaube ich. Ich möchte darüber reden. Ich will über alles reden, was uns so widerfahren ist. Was haltet ihr davon, was aus den Druidenheim geworden ist? Ich glaube, einige würden unsere Aktionen bezeichnen. Goblins würden das ganze Ort nicht auf nichts gefordert, wenn es für uns nicht gewesen wäre. Ja. Keine Entschuldigung, dass wir auf unseren Laurel stehen haben. Wir haben immer noch unsere eigenen Probleme, die sich mit verlieben haben. Okay. Ich weiß nicht, warum die gerade so sauer war. So, Asterion, kannst du bitte schnell reisen? Ich hole dich da nicht von der Goblin-Armee. Wieder. Könnte ich aber machen. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe da eine ganz gute Idee. Es sind drei Wachen oder was? Die könnte ich mit Asterion auch ganz sneaky abschlachten. Der ist eigentlich super OP. Oh mein Gott. Nee, nee, nee. Warte, wir müssen mal kurz speichern. Ich traue den Braten ja nicht. Sicher ist sicher. Wir machen jetzt hier Solo-Action. Krieg geschlagen. Das ist gewaltig schlecht. Das ist richtig schlecht. Erstmal zurückgehen. Die kommen wir schon hinterher. Ach, beide setzen Spurten an. Oh, das ist gar nicht gut. Moment, kann ich das einsetzen vielleicht? Gut, Vorteil gibt es gerade nicht. Ziel ist zu nah. Ja, warte mal. Dagegen kann ich doch was machen. Los. Super dran. Und weg mit dem. Komm schon, komm, triff, triff, triff. Ach, Damage. Wunderbar. Was macht das hier? Der Asterion, der macht das schon. Bisschen weiter zurück. Dann können die auch hier nichts einsetzen. Oder setzt ihr jetzt nochmal Spurten? Nein. Ei, ei, ei. So nah ist der Ziel auch gar nicht, ne? Nochmal. 10 Damage. Ich liebe es, Daryon. Der ist so broken. Das wird dir kurzzeitig eine Solo mischen. Oh, warte mal, warte mal. Oh, die Bete. Das ist unten von der Spinne, glaube ich, ne? Kann der den schnell kaputt machen da hinten? Ne? Oder sind drei? Und weg mit dem. Scheiße. Egal, ist okay. Ist hier noch einer? Ha? Den übersehe ich dann. Da hinten ist nur einer. Aber den können die doch nicht meinen, oder? Das könnte den wegmachen. Fehlgeschlagen. Ei, ei, ei. Ach, da ganz oben ist noch einer. Ey, immerhin Fehlgeschlagen. Immerhin. Spurten. Das kommt in den Spurten. Das ist ein Verbrechen. Wirklich. Komm, mach ihn weg. Bitte. Kritischer Treffer. Hi, hi, hi. Okay. Ich muss versuchen, ihn gleich von unten zu treffen. Oh, neun Damage. Das läuft nicht so gut, ja? So, jetzt komm. Triff, triff, triff. 10 Damage, weggemacht. Wenn wir schon dabei sind. Ich kann die da unten auch wegmachen, ne? Keine Riesenspinnen. Na, komm. Kann ich den von hier oben erwischen? Weg mit denen. Fehlgeschlagen. Treffen die mich von unten? Das ist ja ekelhaft. 12 Damage. Und die ist kaputt. So, dann gehen wir mal hier hin. Nee, kann mich davon niemals erwischen. Oh, die hat irgendwie unten angesprungen. Oh, die ist die übel drauf da unten. Mach ihn weg, komm. Oh, oh. Oh, 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 oh. Nicht gut. Verfehl, bitte verfehl. Verfehl, verfehl, verfehl. Fehlgeschlagen. Wunderbar. Oh, aber ich habe einen schon gepokert, ey. Und weg mit dir, komm. Jawohl, die Spinnen sind auch tot. Sehr schön. Sehr gut, ich freue mich ja auf. He, 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 he. Oh, nein, nein. Hm, da war ja was. Scheiße. Verdammt. Völlig vergessen. Lass sie kommen. Die setzen eh Sprinten ein. Oh, nicht? Oh, was für eine Säu? Oh, mein Gott. Oh, oh. Ich glaube, da habe ich reingeschissen. Ach so, springen darf der auch noch einsetzen. Komm, mach ihn weg. Das ist nicht gut. Das könnte es für mich gewesen sein. Warte. Warum dürfen die so oft, während ich gar nicht darf? Was soll das denn? Hä? Oh, nein. Habe ich noch mehr Gegner getriggert? Oh, jo, habe ich. Gott, das werde ich nicht überleben. Oh, doch, könnte ich sogar. Mach ihn weg, komm. Wunderbar. Na, komm, komm, komm. Okay, vielleicht habe ich Glück. Der muss halt da... Spurten. Die und ihre Spurten, Mist. Ich hasse es. Hä, wo läuft denn der hin? Ach so, der sieht mich nicht mehr. Ey, muss ich mich mit... Einen anlegen. Na, war nicht so klug. Na, was war es wohl mit der sneaky... Stereo in Action? Ah, shit. Ich dachte, vielleicht entkomme ich noch schnell genug. Eher, die mich sehen. Eher nicht. Okay, nee, 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 nee. Stopp, wir machen es anders. Das bringt nichts. Ich war eigentlich gut dabei. Da habe ich mich einmal zu sehr nach vorne getraut. Und dann sind alle getriggert gewesen. Das ist nicht schlimm. Ich mache die da die paar weg und dann geht das schon. Da kriege ich hin. Aber Asterion... Uh! OP. Mag ich. Sehr OP. Wenn das Spiel schneller laden würde... Ich muss den ganzen Kampf nochmal machen. So. Ich kann versuchen, den zuerst zu erwischen. Mach ihn weg. Surprise und wegmachen. 16. Sehr schön. Wie steht die da hinten? Nachteil. Ich habe doch keinen Nachteil, ey. Und mich hier hinten verstecken. So. Gucken, was die als nächstes machen. Natürlich. Setzen beide Spuren an. Als ob wir nichts anderes gelernt haben, ja. Ich mache es nur noch schlimmer für euch. Ich mache hier gar nichts schlimmer. Ich mache euch alle weg. Weg. Eigentlich. Ah, shit. Verborgen. Was ist das denn? Sollen haben die mich... Moment mal. Ohne Momento. Ich glaube, die haben mich verloren. Ja. Ja, die wissen nicht mehr, wo ich bin. Ist ja richtig... Das ist ja... Fast grandios. Den will ich wegmachen. Ey, was soll das denn? Was ist für ein Nachteil? Waffe nicht im Nachteil. Was spinnst du für ein Nachteil, ey? Das hier? Mit Toten sprechen brauchen wir noch nicht. So weit ist es noch nicht, Isterion. Spann dich. Mach ihn weg. Kommt, mach ihn weg. Zehn Damage, mach ihn weg. Ja, so nämlich. Oh, shit. Ich habe hier alle getriggert, ey. Was hat die auf meine Art? My way. Mega kompliziert ist. Ich will die noch wegmachen. Na, wobei ist halt dumm. Aber vielleicht kriege ich das hin. Wenn ich die zwei noch wegmache... Ne, das ergibt keinen Sinn. Ich porte Isterion da raus. Dann gehen wir... durch die Vordertür. Ne, ich kann von oben auch reingehen, ne? Okay. Alles klar. Jetzt habe ich eine Idee. So, Isterion. Mach dich mal weg. Alles klar. Wegpunkte. Das stört das Dorf. Wunderbar. Isterion ist jetzt an der Seite. Und im restlichen Team. So, alle mal alle gruppieren, bitte. So, wunderbar. Kannst du bitte aus deinem... Ich Sneaker rausgehen. Danke. Don't give up now. Gucken wir mal Karte. Wir müssen halt ein Stückchen laufen. Ich glaube, ich kann mich aber auch porten. Okay, ich speichere vorher. Ich traue gar nichts. Ich meine, wir können uns da auch... Was ist denn für ein... Ach, suche im Goblin Lager nach Halston. Ja, ich muss auch noch... Ich brauche sowieso noch eine Quest. Das ist doch wunderbar. Ach, du Scheiße, meine Damen und Herren. Wir haben uns offiziell in die Scheiße katapultiert. Das ist... Ein richtiges Problem. Egal. Von nichts kommt nichts. Hab ich schon mal gesagt. Vorher mal gehauen. To death. Mach ihn weg. Gut leer. Wunderschön. Hat sie hier noch für Fähigkeiten schwache Genesung? Und Tote haben wir nicht, aber... Oh, Wundenhallen. Ja, ja, ja. Oh, so langsam kriegt sie richtig OP-Speats. Aber wir machen es mal ganz einfach. Er hat eh noch ein Leben. Mach ihn weg. So, Kalak. Aufschlag. Mach ihn weg. Mach ihn weg, komm. Du hast hier alle noch... Kein Damage? Du hast hier alle noch besoffen sind hier. Weg mit denen. Zwölf Damage. Okay. Es sind, äh... Drei Gegner noch hier. Das ist doch gut. Wir räumen das Lager jetzt komplett auf. So, er darf noch und dann darf ich rein. Bitch, ey. Jetzt soll das. Hör doch auf. Mann, hör doch auf. Echtdachs. So. Der hat noch ein Leben. Den macht der Dings gleich... Den macht die, äh... Kalak gleich weg. Oh, ich liebe meine neue Klasse. Liebe den. Habe ich da ran, ja, ne? Oh, dann mach ich den jetzt weg. Hau ihn weg mit dem Beil. Hier, ein Damage. Hihi. Hysteria, mein Schatz. Mach den weg hier. Oder auch nicht. Und jetzt aber, komm. Zehn Damage. Ah, wunderschön. So, du machst den mal weg. Sechs Damage. Kalak. Wer ankam. Und tschüss. War gar nicht so schwer, wie ich dachte. Hör doch auf. Hör doch auf. Warum machst du denn sowas? Jetzt kriegt der noch einen Angriff durch, ey. Ist okay. Ey, du bleibst schön hier. Lass das mal sein. So. Feichern. Die erste Front ist kaputt von denen, ne? So. Nicht reden, plündern. Ich klau mir alles von denen. Die kommen dann weg. Jawohl. Da hinten kann ich leider nicht plündern. Na du, die kommen, die kommen. Was? Wer hat mich gesehen? Ha? Scheiße. Alle haben mich gesehen. Rettungswurf gelungen. Ich kann nie mehr. Komm, heil dich mal selbst. Schön. So. Acht von acht. Wie viel hat der für Leben? Vier von vier. Hm. Komm. Mach ihn weg. Bitte, Estabian. 17 Damage. Geil. Schön. Gott, da kommen richtig viele jetzt. Ich glaube, ich habe... Habe ich vorher gespeichert? Ja, ne? Okay. Das ist kein Problem. Wenn das hier schief geht, kann ich schnell laden. Das ist kein Problem. Oh Gott. Der dicke Oga oder was auch immer das ist, kommt auch hier hin. Mein Gott. Zu weit weg, oder? Mach ihn weg. Health Damage. Geil. Okay, okay. Jetzt dürfen die erstmal eine lange Zeit dran, bis ich hier was machen kann. Der kann Spurten einsetzen. Ey, du zermatschst hier gar nichts. Was soll denn das? Oh mein Gott, der kommt. Okay. Ich muss noch gucken, wie ich Shadowheart mehr in meinem Team anbauen. Einbringer, dass die mehr boostet. Die sind noch zu weit hinten. Die Spurten alle auf mich drauf zu. Ich habe eine Idee. Ich weiß schon, wie ich das mache. Durch das hin. Segen, ey. Dann Segen kannst du dir sparen. So. Pass auf. Machst den erstmal weg, hoffentlich. Komm, mach ihn weg. Zwei Damage echt. Nee, mehr. Setzen wir schon mal Raserei ein, weil ich weiß, gleich wird es knallen, ja. Dann tu mir einen Gefallen. Lauf du mal noch hier hin und block mal gleich den Ogre. So, und dann wirst du. Wo ist das? Du wirst erstmal die boosten. Und dann nochmal Shit des Glaubens. Reinballern auf die. Ach, jetzt habe ich mein Ding. Ja, das war verständlich, egal. Sterian, ich baue auf dich. Das hat du auch nicht. Mach ihn weg, komm, mach ihn weg. Bitte, bitte, bitte. Elf der Milch. Bester Mann. Okay. Läuft doch. Fehlschlag. Jawohl. Karla geht hier jetzt zum Tank. So, das ist wichtig. Wo ist das? Ich brauche meinen Deutsch. Deutsch-Wolke brauche ich. Der hat 41 HP. Das ist übel. Aber der ist fast tot schon, damn. Ach so. Der legt Karla einfach hin. Verdammte Scheiße, das ist übel. Ich flankiere mich jetzt. Oh, Leute, mein Deutsch-Ding ist richtig OP. 13 Damage, okay. Das ist okay, das kriegen wir hin. Karla. Mach ihn weg, komm. War dumm von mir. Rasender Heap, maybe. Könnte ihn weg, Mann. Ich könnte aber auch... Nee, nee, komm, mach ihn weg. Oh, er ist fast tot. Heilige Flamme. 5 Damage, 5 Damage. Nein. Ah. Hm. Hm, dumm von mir. Komm, 6 Damage. 3, 10. Bester Mann. Okay, okay. Kingen wir hin. Können nur von links kommen, quasi. Rechts ist zu mit der Deutsch-Wolke. Aber rechts sind eh nur Keinen Kämpfer. Scheiße. Ähm. Wie kann ich die bewegen? Ich muss die hier hin bewegen. Sehr schön. Wunderbar. Hm. Das ist aber okay. Rot. Oh Gott. Der muss weg. Ja, bist du halt nicht treffen, ne? Die Krüte? Achso. So, okay. Wir bewegen uns mal näher hierhin. Das ist aber okay. So. Du musst heilen. Schwache Genesung. Wie viel ist das? Achso, es geht um Lähmung und sowas. Okay, das kann die auch. Das ist geil. Hm. Dann heilen wir die nochmal. 5 bis 11. Sehr schön. Das war da rein. Seria, mein Schatz. Du machst das jetzt ja auch, ne? 70% machen wir weg. Gehen Damage. Ich freue mich ja richtig auf, ey. Geil. Okay, ich habe, glaube ich, Karla in eine ganz dumme Situation gebracht. Egal. So weit entfernt. Ich glaube, hier treffe ich niemanden mehr. Oh, das ist nicht gut. Nein. Das war dumm. Das war sehr dumm. Okay, Karla darf sich wehren. Nein, wer kommt? 4 Damage, 4 Damage, 4 Damage. Gehen, wunderbar. Läuft doch. So. Nur auf 1, 2. Egal, 4 bis 7. Schön. Starion macht das jetzt hier. Mach ihn weg, komm. Feuer. Egal. Wo war der noch, der Penner? Der Penner. Egal. Bin fast tot. Den mache ich jetzt hier weg. Komm, mach ihn weg. Mein Leben, ich kann ihn weg. Oh, Achievement? Nicht schubsen. Du hast eine Kreatur durch Falsche angetötet. Von wegen, der hat eine AP. Nicht mit mir. Ich marschiere durchs Goblin-Ding wie sonst was. Triffst du nicht, ne? Äh. Nein. Ich muss mir angewöhnen, meine Spells nicht in die Luft zu schießen. Ich ziehe den. Aber lebt immer noch. There we are. Das war's. Jetzt komm. Mach was für dein Geld. Alles tot. Geil. Er hat nichts dabei gehabt. Lachs. Das läuft doch. Guckert, äh, Shalloward schon benutzen. Kann mehr, mehr. Nein, befreien. Ich werde da nicht hoch. Mein Gott, ich werde da nicht hoch. Mann. Die steuere manchmal. Ich glaub, hier vor der Tür sind alle tot jetzt. Dann war das viele Goblin. War schon stattliche Summe. Alles wird geplündert. Ich brauche Geld. Also fast alles wird geplündert, ne? Kann man nicht übertreiben. Ich hab alle erwischt. Auch nur noch die Arme ist da hinten übrig. Er ist jetzt frei. Quasi. Und soviel verticken gleich. Und gleich soviel verticken, geil. Uh, die hat ne Fellows und bloß zwei. Hey, komm mal her damit. So. Machen wir einen kurzen Rast. Alle wieder full life. Aber ich hab ne andere Idee. Wir gehen nicht durch die Vorderseite. Komm von oben. Dann kann ich mit der Starion alle absnipern. Ich hab auch quasi paar Fernkampf-Spills. So. Einfacher als ich dachte. Ich komm gut durch. Mal sehen, weil die aber auch warm mit dem Spiel. So. Wir gehen hier lang. Mittlerweile hab ich hier oben das Ding kaputt gemacht. Das heißt, ich kann da auch durch. Und da sind auch schon alle tot. Hehe. So. Läuft doch hier. Zu schön. Ich spring runter, stell ihn nicht so an. Warm. So. Die ganzen Leichen hier liegen. Hehe. Okay, wir kommen von oben. Und ich bewege mich mit der Starion, weil der kann gut sneaken. Eingestützer Korridor. Okay. Wir speichern, weil ich hab einen guten Progress gemacht. So. Quasi alle weg. Warte denn. Was ist denn hier los? Er spawnt einen vor meinem Gesicht. Wer ist er denn? Raphael? Welche Art von Platz ist das? Ein Weg zur Redemption? Oder ein Weg zur Verdammung? Kann ich ihn töten? Das nervt mich jetzt schon. Nicht zu sagen. Deine Reise ist nur Anfang. Was würde der Zeit für die Möglichkeit sein? Hm. Was willst du denn? Was willst du denn? Wer zum Teufel ist das? Wer zum Teufel ist das? Raphael. Okay. Alles klar. Ordentliche Worte. Aber wenn ihr mich wiederholt. Nein. Freut mich. Ich bin so und so. Aber was? Komm mal zum Punkt hier. Wir treffen uns schon irgendwo. Hä? Wo liegt ein der mich jetzt? Hölle? Hä? Wer dann führt? Führung. Wo bin ich? Da. Mittell of somewhere. Ich mag das auch nicht. Nach einer Waffe greifen. Tart, Tart. Keine Chance für diese krudere Kutlerie von dir. Wie ihr seht, ich bin amtlich verpflichtet. Das ist das Haus der Hoffnung. Wo die Türen kommen zu resten. Und die Türen kommen zu füllen. Läufig. Geh auf. Partei. Enjoy your Supper. After all. It might just be your last. Was ist das denn für eine? Hör auf damit. Eure Spächer sind so ermüdend. Fair enough. Ach du Scheiße. Das dachte ich mir schon fast. Was ist besser, als ein Teufel, den du nicht weißt? Ich bin der Teufel. Ein Teufel, den du machst. Fuck. Wer ist das? Ein Kambian. Bin ich ein Freund? Potentially. Ein Angelegenheit. Wahrscheinlich. Aber ein Seger? Das ist für sicher. Wetter? Fisch ab von mir. May, aren't you a nervous one? Geh weg. Ich versuche dir, ich bin hier, um Hilfe zu helfen. Nicht harm. Consider your Predicament. One Skull. Two Tenants. And no solution. Nein, ich traue dem nicht. I could fix it all. Like that. Na, 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 na. Auf gar keinen Fall. Ich traue mich. Ich bin nicht so irrenpackt, mit dem Teufel einzugehen. And what is madness? But a denial of reality. Geh weg. Lass mich in Ruhe. I have a feeling you'll change your mind. Before it's changed for you. Try to cure yourself. Shop around. Beg. Borrow and steal. Exhaust. Every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair. That's when you'll come knocking on my door. Er hat eine grandiose Stimme, aber er ist halt einfach ein Träufel, so. Such a tease. That's what separates us from the devil's soldier. They think our greatest strength is a weakness. Glaubt mir, ich werde zuletzt lachen. I've always wondered, what a laughing mindflayer sounds like. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet. Have they? One might say, you're a paragon of luck. I'll be there, when it runs out. Wir werden uns bestimmt irgendwann sehen. Jetzt mach die mal vom Acker hier. Scheiße, hab ich mich erschrocken, ey. Kommt einfach ein Teufel da an. Perfekt. Aber es ist ein geiles Element, aber es ist gut gemacht. Touché. Sehr gut gemacht. Kann ich von hier oben treffen? Den könnte ich treffen. Moment mal. Und dann kann ich das runterschießen? Oh, yo, 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 yo. Das ist meine Sache. Kamera manchmal, ne? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Warte, was warte? Was warte? Was warte? Was warte? Ich würde das einen unglücklichen Missklick nennen. Das wollte ich nicht. Ich wollte das Ding runterschießen. Okay. Okay. Der Teufel hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ey, ey, ey. Ich bin mir erschrocken, ey. Ungewalt. Ach. Ja, aber ein cooler Charakter bisher. Sehr coole Synchronstimme. Ey, die Stimme in diesem Spiel. Boah, ich glaube, ich kenne kein Spiel mit so guten Stimmen. Ui, wie hätte ich das Spiel mal früher gespielt? Das macht ein bisschen süchtig. So. Ihr bleibt hinter mir. Ich mache das alleine mit Asterion. Von hier aus sieht mich keiner. Mach den weg. Okay, oder auch doch. Geht die dann runter? Sehe ich das richtig? Ne, ne? Nein, okay. Rettungswurf. Ich kann ihn mehr. Nein, nein, nein. Ah, scheiß. Egal. Geht's hier Medi gut von hier oben. Boah, ist der Wind so OP. Warte, jetzt sind die restlichen. Oh, der klettert hoch. Aber jetzt sind die restlichen goblenden Dinger. Das ist kein Problem. Kannst du jemand entscheiden? Ach, jetzt bist du direkt vor meinem Gesicht, oder was? Wo ist der? Den gebe ich einen Spaß, Herr Kick. Rechte Dachs. Oh, ich bin ein Hauptkampf. Ich bin ein Hauptkampf. Ich bin ein Hauptkampf. Komm, weg. Und Tal. Oh, habe ich es am liebsten. Er kommt mal zu mir hier hoch. Aber die Wunden. Der Halt hat einen Full-Life-Typ. Oh, sie kommt runter. Kann ich einen Sparta-Kick machen? Ich will die runterkicken. Komm schon, gib mir meinen Hauptcharakter. Gib mir meinen Hauptcharakter. Ich will die runterkicken. Spurten. Och, nö. Jetzt kommen doch nicht alle hoch. Nee, lass das doch mal sein. Das muss doch nicht sein. Nee. Ich sehe nichts. Kamera, hallo? Kamera. Kamera. So, jetzt gibt es Sparta-Kick hier. Höller, freue ich mich schon drauf. Der fegt runter, ne? Er wäre auch so gestorben. Egal. Weg mit dem. Fegeschlagen. Das ist bitter. Aber die sind fast gewollt. So. Hauptkampf ist ein bisschen wild, oder? Komm, rein. Bade an. Next Damage. Macherin. Shadow Art. Habe ich schon immer gesagt. Bin. Äh, ne? Den treffe ich aber. Sehr gut. Vorsichtig. Du könntest runterfallen. Stabil, ne? Vorsichtig. Werde ich nicht treffen. 4 Damage. Sehr gut. Nicht gut. Sollen wir ein bisschen näher kommen? Ihr seid zu weit unten. Jawohl, er kommt. Jawohl. Den schmeiße ich gleich runter. Er ist da zu mir hoch. Ja, ja. Komm, komm, komm. Ihr wollt doch zu mir hoch. Äh. So. Wem kann ich hier runterschmeißen? Den treffe ich auch, ne? Bam. Oh, ist der geflohen. Sehr schön. Sind aber noch ein paar Leute. Ah. Wer hat denn möglichst wenig Leben? Hier. Könnte reichen. Könnte reichen. Könnte reichen. Rettungswurf. Warte. Warte. Treffe ich den? Der Weg ist unterbrochen. Ja, okay. Den treffe ich aber. Ich bin alle halb tot. Mit dem hier? Mach den mal weg, komm. Wunderbar. Mach Karlak den noch weg. So. Und Tschüss. Mach zwei übrig, drei übrig oder was? Rettungswurf. Oh, da sind noch ein paar übrig. Äh. Das ist kein Problem. So. Habt noch ein paar Blitze für euch übrig. Der zum Beispiel. Mach dich mal weg. Ich decimier die so schnell. So. Wo ist denn hier einer, den ich erwische? Die steht hier, glaube ich, niemals, ne? Gehnt viel leicht. Da müsstest du aber runterspinnen. Das machen wir nicht. So. Fünf Damage. Glaub ich erwische niemanden, ja, ne? Doch. Der darf auch dran glauben. Nein, ich will kein Holzding angreifen. Kamera, bitte. Danke. Acht Damage. So. Mach sie weg, komm. Geh geschlagen. Weg mit der. Acht mit 13. Kriegen wir mal erwischt, ne? Hehehe. Läuft doch wirklich wie am Schnürchen hier. So. Das können wir ein bisschen plündern gehen. Ich glaube, ich habe danach so viel zu verkaufen. Das ist hier ein Segen, diese Mission. Na. Schön, dann bitte. Danke. Da ist der. Dann komm mal her. Kannst du bitte mit runterspringen? Keep your distance, darling. Geht da oben, wo die anderen nicht sind, ey. Geht da oben, wo die anderen nicht sind, ey. There we go, runter mit dir. Oh, wie das hier aussieht. So viele Goblin-Leichen. Weichern, ganz wichtig. So. Läuft so gut hier. Afteilen. Sneaken. So, hier sind noch ein paar, sind hier noch, ne? Die werde ich jetzt auch mit der Sterling wegmachen. Mach ihn weg, komm. Oh, oh. Mach ihn weg, komm. Gar keine Chance. Die Spinnen dürfen da unten verweilen. Die sind mega. So viel der Schlüssel hier im Moment, na? Oh, oh. Verdammt. Ah, da war noch welche. Ja, wisch ich nicht, war klar. Hm, hm. Keine Chance. Komm, ich heide immer. Asterion kommt da ran. Trifft das? Aave-Damage. Asterion kann einfach alles. Da sind da auch noch ein paar, ne? Mach den weg, komm. Boah, der hat 21 Leben. Jetzt hat er nur noch fünf. Nochmal, Asterion, komm. Hier, meinte ich. Und Todeser. Einen haben wir noch. Den hatte ich gleich alle erwischt. Kein Goblin mehr, der lebt dann. Weg mit dem Bettungswurf. Da führte ich mich frei hin. So. Und bei. Wunderbar. Die Spinnen kümmere ich mich später. Der letzte Metall ist gleich voll geil. Oh, ich bin überladen. Das ist nicht so gut. Und dropen wir mal doch was reinlassen. Jetzt geht's besser, ne? Jawohl. Uh-oh. Ruhe ist leer, die vergeudete Ruhe. Na ja. Ja, ich glaube, ich habe aber gefühlt alles hier erwischt.